So, dann bin ich wieder mit der liebe Kuchengeschmack, mich mal kurz angeschrieben. Auch trotzdem wieder schon mal treffen. Und ich hab mal kurz nachgeguckt. Erstmal schneidet er wirklich alle 2 Minuten, weil 4 GB voll sind. Und dann hab ich gemerkt, dass das, was ich bei meinen Videos auch habe, ist so ein weißes Rauschen. Also im Bild so ein weißes Rauschen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Hab auch schon ein paar Optionen umgestellt. Ich weiß noch, als ich letztes Mal gespielt habe, war es nicht so. Mich stört es jetzt nicht so. Ich hoffe euch einfach auch nicht. Weil die jetzt nicht so richtig sind. Verdammt, einfach euer Leben aufrufen. Oh, tot. Das Geschütz ist Geschichte. Los jetzt! Das Geschütz ist hier voll Geschichte und so. Noch mal kurz Granaten, Granaten, Granaten. Wir sind da! Passen Sie auf mich auf, während ich das System hacke, Skorpio! Soll ich vielleicht die Simki dazu benutzen? Wir haben gedacht, ich muss noch verhitzen. Ich glaub, so ein Geschütz kann man auch abbauen. Das Element ist voll mit dem Block zu schützen. Das ist voll spannend! Wir haben noch die Chance! Oh, ein Pfeifen! Ein Pfeifen schickt uns da tot! Warte mal. Festungskommandar. Ah, hier. Am Ende kommt nur so ein Festungskommandar. Das ist so ein Typ, der denkt, der ist drauf, aber... ... ist noch knapp und dann durchschnittlich. Alles Damm. Wollen wir das Geschütze nicht wirklich abbauen? Nee, das geht nicht. Ich dachte immer, es ging ja. Doch, Leertaste. Ha. Jetzt werden wir alle viel Spaß haben. Ja, das werden wir. Komm hier! Komm hier! Komm hier! Ja, los Leute. Ich weiß. Abonnieren favorisieren. Ich bin euer Freund, wenn er das macht. Und jetzt können wir hier noch... ... hoffentlich das Gebiet von unseren Freunden noch ein bisschen kaputt machen. Das Flugzeug ist jetzt weg, ne? Hier. Ja. Dann kriegt man immer ein bisschen Einfluss. Da ist, glaub ich, die Polizei dann nicht mehr so schlimm. Hier haben wir Gruppe geholfen, ja. Wenn man genug Chaos gemacht hat und denen genug geholfen hat, schafft man Agenturmissionen frei und so weiter. So, erstmal... Hier sind noch ein paar Sachen. Das ist das Ende der Unterdrückung unseres Volkes. So schnell. Wenn wir uns sehen, Corpio werde ich Ihnen meine Dankbarkeit beweisen. So. Na, auf euch. Ach, leck mich. Ganz ehrlich. So. Das ist natürlich jetzt unspannend. Bei der anderen Lage, wenn man das da macht, greift man wenigstens noch ein paar Gegner an und so weiter. Ich weiß aber... Ich glaub's aber immer, man muss die Töme kaputt machen. Oder wann das andere? Hm. Egal. Wer weiß hier irgendwas wieder? Waffentilot. Hör mir zu, Scorpio. Ich kann dir helfen, deine Waffen und Fahrzeuge aufzumotzen. Lass dich von Boulos Antussis Schönheit nicht täuschen. Sie will eine Revolution, das schon. Aber sie würde nie ihren Wohlstand dafür opfern. Sie liebt nur das Geld. Und räumt jeden aus dem Weg, der hier an die Quere kommt. Oh. Ja, ich würde gerne sehen, dass wir wie viel das Teil noch hat. Das Ding ist noch fast voll. Geil. Ich werfe ein paar Granaten jetzt drauf. Äh. 3, 2, 1, hier haben wir jetzt die Taster. Verdammt, das ist ja auch hier voll schief gegangen. Alle ein bisschen. Ist das kaputt? Alarm! Alarm! Wir haben hier einen Eindringling! Er muss umhören! Oh, super. Okay. Wollen wir noch was zum kaputt machen? Hier ist es dann. Das ist immer das Schwierigste. So ein bisschen zu finden, wo wir was kaputt machen können. Da sind noch Sachen. Können wir hier noch mal irgendwas? Ich hoffe nicht. Nicht. Tschuu. Pss. Alarm! 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 Wir haben hier einen Eindringling! Der muss umgehend genutzt werden! Alarm! Der muss hier nicht nach einem Luftabwehrteil sein! Das mache ich auch mal kaputt. Dann machen wir ja keine halben Sachen. So. Und Feuer! So, dann lassen wir uns mal von unserem Freund abholen, wenn er etwa noch was von uns zu verticken hat. Enter. So, Ausrüstung. Splittergranaten, musst du holen. Multi-Ziel-Maketenwerfer. Rikos unverkennbare Waffe. Also, das Ding können wir uns mal holen, einfach weil's cooler aussieht. Einfach weil's cooler aussieht. Das ist der beste Grund hier. Ach, das lässt ja alles mal extra teilen. Das finde ich ganz schön nervig hier in dem Spiel, dass man für jedes Teil einzeln den holen muss. So. Na, komm, das wollte ich machen. So, jetzt, ah, das ist der einzige, was wieder gut ist. Das man da, finde ich, mal wieder warten muss. Jetzt will ich überlegen, ob wir jetzt noch was holen. Und zwar die luftbetretende Waffe. Ich gehe nämlich stark davon aus, wie man dafür keine Munition braucht. Und vor allem bei meinen, auch die Schwierigkeiten einfach anfangen, sollte sich das ziemlich gut tun. Warum holt es dann mal in einem Magazin, unsere Karren für uns einfach erst mal. Geld brauchen wir eh nur dafür. Fein. Ach, man hat bestimmt nur so und so viel Munition mit dir und dann... Okay, das ist ganz schön strange, ganz ehrlich. Ich wollte noch mal gucken, was das A-Autos gibt. Das ist normal. Das ist, glaube ich, nicht normal. Das sowieso nicht. Das auch nicht. Keine Ahnung. Ne. Wir haben ein paar Autos, haben wir auch extra. Jo, okay. Wir brauchen das jetzt nicht. Äh... Man geht nur auf M, keine... Hallo, hier ist wieder der PDA. Scheiße, ich bin fast zwischen den scheiß PDA. F1, darauf muss das mal kommen. Wollen wir mal sein Auto ran machen? Ich halte davon eigentlich nicht viel. Naja, okay, nur mal um es zu zeigen. Warte mal, was war das? Fliegen. Oh, ich hasse Fliegen. Ach ja, hier diese grünen Punkte, die kann man vielleicht mal zeigen. Kann ich die markieren ein bisschen? Ja. Ich fliege da mal hin, dann zeige ich euch das, was ich meinte, was man sammeln kann. Hallo? Na komm, jetzt habe ich dieses... Jetzt ist das Raketenteil dafür weg, oder was? Mein Antriebsteil jetzt, oder wie? Okay, das ist jetzt extrem gay, ganz ehrlich. Jetzt bin ich doch ein bisschen gereizt dadurch. Boah, nee, ey. Das Ding war so geil. Ja, das wollte ich mir jetzt erstes wieder, wieder. So kann ich was auch zum Lutschen halten, jetzt. Man muss sich mal vorstellen, als wenn sowas in echt gehen würde. Einfach mal so überall rüberfliegen. Ach, hier können wir eine Bars kaputt machen, und dann habe ich wieder Geld für das Teil, genau. So mache ich das jetzt einfach. So ein extrem überstelten Luftgewehr. Irgendwas muss das Ding ja da sein. Na komm, und fallen lassen. Wow. Und? Okay, da bringen wir uns erstmal gar nichts. Super Einstellung, schau mal. Das macht sich da gut an. Und hier? Gut. Toll. Also, einige sind jetzt nicht scheiße, weil das muss schon ARP dafür was bringen, sonst kann ich gleich an meinen gehen. Ja, super. Okay, vorrücken, wir haben ihn! Wayne, ich bin weg, Leute. Das machen wir mal an. Ja, ja, schön für dich. Hier ist so ein Schädel zum Beispiel. Das kriegt bei der Famous Cola, und die freuen sich. Ich glaube, wir sprechen ja noch am ersten Mal, oder? Ja, nee. Das ist nur Werbung. Also, Spielewerbung. Wissenschaftler des Instituts für Vulkanologie erklären die Explosion... Was hat das jetzt? Ach. Oh, Mölber, ja. Kriegt man aber von dem, man schaltet dann sowas frei. Ja, und das auch. Ja, und das auch. Gut. Haben wir es geschafft. Aber es sind dort zu. Also, machen wir zu. Also, die Luftwaffe ist jetzt nicht so toll. Was einfach nur daran liegt, dass es nicht gegen Gebäude wirkt. Was auch realistisch ist. Aber darauf passiert das Spiel einfach nicht. Damit das wirklich was. Aber ich guck mal, ob jetzt wegen sie sie ist. Ah, Max, weint das natürlich. Ich guck, ob ich es jetzt gegen die wirkt. Wenn das jetzt auch nicht so viel bringt, damit ich... Oh, okay. Das ist natürlich schon ein geheimer Versaken. Wie lang und wie weit ist das? Wollte ich ja nicht wissen. Okay. Feind gesichtet. Alle verfügbaren einen Rennen vorrücken. Da muss ich ein ganz gutes Stück da dran sein, damit das was bringt. Aufpassen! Er hat keine Deckung. Ich habe keine Deckung. Was habt ihr? Alter, ich habe eine Luftwaffe. Ich sehe das im Klaren. Okay, das ist zwar eine lustige Angelegenheit, aber auch viel. Die Sterne findet euch auch nicht unbedingt viel mehr. Ich werde jetzt auch das Munition, wenn alle es benutzen, aber danach auch nicht mehr. Okay. Können wir das auch gleichzeitig benutzen? Also, ich wollte das Maschinengewerd da oben benutzen. Jetzt. Super. Eigentlich bin ich deswegen eingestiegen. Also, das muss man kippen. Das Ding kann man aber gleich benutzen, oder? Das Ding kann ich jetzt nicht mehr. Also, ich muss mich jetzt nicht mehr. Da bin ich für ein paar junge以äle- ... und dann benutzen. Ah ja, schön. Aber ich kann mich wirklich super kaputt machen. Dafür geht es richtig gut. Das Ding. 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 Schick deinen Helikopter! Schnell! Ach, Helikopters sind überwertet. Jetzt haben wir hier alles kaputt. Ich bin zwar noch einiges, aber so viel dann auch nicht mehr. Hier vielleicht noch ankriegen. Ich glaube, hier muss man was aktivieren, damit das wieder auskommt. Ja, genau. Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! So viel zur Kommunikation, Arschlöcher! Ach, Arschlöcher hier! Ach, wohin, das Ding muss man nicht kaputt gemacht. Wir gucken weiter erst mal. Habe ich uns rumstressen mit dem? Der kann uns wenig anhaben. Ach komm! Jetzt geht's ja nicht weiter! Okay, hier ist doch kein Schlaffensack. Wie machen wir das? Verdammt! Wie das jeder normale Mensch schlafen würde. So. So. Und Batsch! Das Ding ist jetzt ziemlich umständlich. Alles so kaputt zu machen. Oh, das fällt ihm noch ganz anders. Das geht ja noch ganz gut. Ist noch irgendwo was? Oder ist der Rest Paket in Sammlerei? Hm. Oh. Good question. Oh, ich schaue das rein.